So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn das Halloween-Event steht in den Startlöchern. Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag, ich bin nicht Kesto, aber ihr seid die Zuschauer. Da ist nur ein kleiner Scherz am Rande, ja Kesto kann, Grüße gehen raus. Morgen startet also das große Halloween-Event. Wir wollen euch zeigen, was euch erwartet, was mich erwartet, was ich davon halte, worauf ich mich besonders freue und was wir euch vielleicht auch anbieten können, was das für den Kanal bedeutet. Das Teil ist so fett und groß, dass das in zwei Teile unterteilt ist. Dabei gibt es einen allgemeinen Teil, der die ganze Zeit gilt, gerade die Boni und so weiter. Und dann gibt es zwei einzelne Teile, wo die Raid-Bosses sich unterscheiden, wo auch die wilden Pokémon, die erscheinen, sich unterscheiden. Ihr habt die Daten dazu hier stehen natürlich. 15. Oktober, morgen Freitag 10 Uhr geht es los bis insgesamt 31. Oktober. Das heißt, das ist die komplette zweite Hälfte vom Oktober, die sich mit dem Halloween-Event befasst. 31. Oktober, 20 Uhr, endet das Ganze dann. Gleichzeitig, der erste Teil endet schon am 22. Oktober um 10 Uhr. Und vom 22. 10 Uhr geht dann auch der zweite Teil los bis eben diesem 31. 20 Uhr. Das klingt jetzt schon auf den ersten Blick, es ist eigentlich ganz einfach, aber es klingt jetzt schon wieder verwirrend. Ich weiß nicht. Viel zu viel Text, alles nicht so anschaulich, aber wenigstens bin ich froh, dass GoGames überhaupt noch Artikel macht. Nicht so wie pokefans.net. Was passiert jetzt in diesem gesamten Zeitraum? Die nächste Stufe der Hoppa, also Hupa, ja, Spezialforschung wird freigeschaltet. Die Leute fragen ja schon die ganze Zeit, wann geht es da weiter, wann geht es da weiter, wann geht es da weiter. Es war bekannt eigentlich, dass es im Halloween-Event weitergeht. Jetzt kommt das Halloween-Event. Es wird also weitergehen. Ich bin immer noch gespannt, ob sie auch die entfesselte Version von Hoppa, also Hupa, da reinbringen in die Spezialforschung. Ich kann mir, wie gesagt, immer noch nicht vorstellen, dass das, was wir jetzt haben, im Prinzip alles war und danach nur noch irgendwelches anderes Zeug kommt. Und es müsste eigentlich, wenn das so groß aufgebaut ist, neben der gebannten Version auch die entfesselte am Ende der Spezialforschung auftreten. Was sagt ihr dazu? Das wird so kommen oder nein, das wäre viel zu übertrieben, aber irgendwie müssen sie die ja eh irgendwann ins Spiel bringen. Das wäre jetzt die Gelegenheit und vielleicht ist die deswegen auch so fett und so lang und so groß. Dann, in der Go-Battle League gibt es den Halloween-Cup. Wer von euch zockt regelmäßig GWL, schreibt es mal rein. Mini-Cup, Dschungel-Cup, alles mögliche. Ich habe jetzt ein bisschen Meister-Liga immer gespielt, aber man muss wohl auch den Halloween-Cup gezwungenermaßen zocken, weil das Teil einer Spezialforschung wird. Das wird manche natürlich wurmen. Ich erfinde mich dann neu. Da habe ich wieder was für Ramses Minus. Es wird eine Spezialforschung mit Makabaya geben, obwohl Makabaya ein Feldforschungsdurchbruch ist, wo Makabaya dann aber auch in den Raids ist und auch wild erscheint. Und noch eine Spezialforschung, aber gut, die sollen ja eigentlich dafür da sein, dass Professor Willow euch mehr zu den Pokémon und den Hintergründen erklärt. Also Spezialforschung mit Makabaya, wo man da ja auch unterscheiden muss zwischen dem Normalen und eben dem Gala Makabaya, was noch nicht jeder hat, wenn man damals die Forschung nicht gelöst hat, konnte man ja nur daraus eins bekommen. Zeitlich begrenzte Forschung, bei dem man unter anderem im Halloween-Cup antreten muss, haben wir eben schon gesagt, und die Boni allgemein, die die ganze Zeit während des Halloween-Events gelten, eben doppelte Bonbons fürs Verschicken. Das war ja eigentlich an Halloween schon immer so, Halloween-Süßes, Bonbons, Candies, also doppelte fürs Verschicken, doppelte Bonbons fürs Fangen, doppelte Bonbons fürs Ausbrüten von Eiern und garantierte XL-Bonbons beim Spazieren mit dem Kumpel. Also egal, um was es geht, es gibt überall Bonbons, überall hin und her, auch natürlich aus dem Raid. Wenn ihr einen Giratina-Raid macht, dann kriegt ihr trotzdem dann die doppelte Anzahl der Giratina-Bonbons aus dem Raid. Und gerade wenn ihr dann mit Gelber Bäre fangt, ist das natürlich noch krasser. Gleich ist dann auch für Darkrai, wenn das reinkommt und so weiter. Lavandia City Musik, gut, das lassen wir mal weg. Da ist halt wieder Musik im Spiel, könnt ihr ja, wenn ihr mit Musik spielt, hört ihr das ja vielleicht. Wer spielt mit Musik, wer nicht, schreibt es mal rein. Kostümierte Pokémon dürfen auch nicht fehlen. Ein neues Pikachu mit Hut ist wieder am Start. Dann haben wir Plinfa mit Hut, also mit so einem Kürbishut auf. Warum ausgerechnet der, ich weiß es nicht. Sonst waren es immer die Starter der ersten Generation, jetzt ist es ein einzelner Starter. Ausgerechnet Plinfa. Okay. Und ein Driftzeppli mit einem Hut. Driftzeppli gibt es aber, glaube ich, nicht Wild, sondern dann nur aus Feldforschung und Raids. Die anderen beiden könnt ihr Wild fangen. Alle drei können in der schillernden Variante gefangen werden. Pikachu-Plinfa erscheinen Wild, Driftzeppli in Raids und als Belohnung in der Go-Battle League. Alle drei Pokémon erscheinen auch in Feldforschungen. Na, habt das doch. Ihr seid also nicht gezwungen zu raiden. Wir werden aber trotzdem, denke ich mal, Driftzeppli-Raids auch anbieten. Für die Leute, die die Forschung nicht finden, aber trotzdem das Shiny haben wollen. Beziehungsweise gucken wir mal, was es sonst noch für Raids gibt. Avatar-Items. Eine Kürbismaske, in die das Gesicht von Pikachu geschnitzt wurde. Eine Irbis-Hose und Top Hopper, Ohrwärmer, Halloween-Tattoos fürs Gesicht. Ja. Wer das braucht, okay. Viele werden wahrscheinlich dann hier mit so einem Kürbiskopf rumrennen. Interessiert mich jetzt eigentlich nicht so. Oh, krass. Dann habt ihr hier Angebote, neue Bundles, neue Boxen im Shop. Wer Free-to-Play spielt, den würde das auch nicht interessieren. Die Leute, die sowieso immer sich regelmäßig Boxen holen, die schauen da ja bei jedem Event immer rein. Ich brauche eigentlich immer nur Raid-Passer. Ansonsten brauche ich eigentlich nicht so viel. Jetzt wollen wir das aber mal aufteilen. Mit diesem Event könnt ihr erstmals euer Galafleckmon auch zu Galalasho-King weiterentwickeln. Dazu müsst ihr ähnlich wie bei Galalamus euer Fleckmon als Kumpel auswählen und dann 30 Pokémon vom Typ Psycho fangen. Ihr seht dieses heftige Bild, das finde ich so krass. Das werde ich wahrscheinlich hier als Thumbnail machen mit da rein. Wenn man jetzt gar keinen Galafleckmon mehr hat, dann ist das ein Pokémon, was man sich vielleicht auch ertauschen könnte, was sinnvoll wäre. Ich glaube, ich schmeiße doch immer alles weg. Also ob ihr überhaupt noch einen Galafleckmon habt, weiß ich nicht. Ist aber schön, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, sieht sehr düster aus, sieht sehr böse aus. Viele freuen sich auf jeden Fall jetzt schon darauf. Dann ein neues Shiny wird eingeführt, Shiny Weberack. Mit dem Halloween-Event wird erstmals die schillernde Variante von Weberack veröffentlicht. Man könnte sagen, es ist ein bisschen mau, dass jetzt hier einfach nur eine kleine Spinne reinkommt. Aber ihr habt ja noch die drei Kostümierten. Aber trotzdem ist das ein eigenständiges und ich finde gerade von Grün zu diesem schönen Eismintblau sieht auf jeden Fall gut aus. Hier auch dieses kräftige Pink-Lila statt dem Rot gefällt mir eigentlich sehr gut. So, wir sind aber jetzt glaube ich immer noch in Teil 1, ja. Wilde Pokémon. Pikachu, Zuber, Traumado, Nebulak, Weberack, Traunfugil, Schuppet, Plinfa, Skungapu, Fleckenuil, Molimorba, Makabaya. Sehr selten. Vieles davon natürlich Shiny. Auf was freue ich mich? Ich werde natürlich sicherlich Plinfa Shiny suchen, Pikachu Shiny suchen. Vielleicht noch ein paar Nebulak-Bonbons mitnehmen, obwohl wir hatten erst die Spotlight-Stunde davon. Weberack, Shiny-Suche. Und, ja, ansonsten, wer noch gar kein Makabaya hat oder noch Bonbons fehlen, der kann gucken, dass er da was bekommt. Ist jetzt nicht so spektakulär, hält sich in Grenzen, aber man hat direkt Ziele, die man sich vor Augen führen kann. Raids, Galafleckmon. Ah, schon ist das Problem gelöst. Wer nämlich gar keins mehr hat oder noch nie eins hatte, kann sich einfach eins aus dem Raid ziehen und dann eben entwickeln. Galafleckmon, Karmurks, Stadtskramurks, gut. Zurokex, Makabaya, Psyau. Auch hier Makabaya. Wer den Pokédex-Eintrag noch braucht, Psyau ist ja auch Pokémon, was er hauptsächlich jetzt aus den Raids oder eben aus dem Ei bekommt. Ist für mich jetzt aber nicht unbedingt was Fettes dabei. Stufe 3, Alola, Raichu, Zobiris, Banett, Trifzeppli. Trifzeppli aus Raids, Shiny? Ja, wäre für mich interessant. Stufe 5 Giratina, Wandelform und Mega-Pokémon-Gänger. Da ändert sich nichts am Wochenende, also machen wir ja jetzt eh Giratina. Raids für Zuschauer. Heute Abend wollte ich eigentlich nochmal Mega-Gänger machen, aber die Leute wollen alle den Tausch-Stream machen. Weil keiner weiß, was das wirklich bedeutet. Die müssen ihren Standort leaken. Die müssen ihren Code schicken. Und dann sehen sie, dass sie zu wenig Staub haben, um einen neuen Pokédex-Eintrag für den Legendäres zu tauschen. Aber da sieht man ja dann, dass das alles Schwachsinn ist. Deswegen steht ja auch da, sinnloses Chaos. Aber das sehen die dann abends. 7 Kilometer Eier. Habt ihr auch natürlich dann die Pokémon drin, die hier so aufgezählt wurden. Hier ist noch Klingplim dabei. Da ist Lichtl. Hier ein Galamaka. Barja. Das im Raid. Weiß ich nicht. Ist das normale? Ist das das andere? Sind das vielleicht sogar beide? Ich glaube, Spieletrend hat eine Grafik geteilt, wo beide drauf zu sehen waren. Also vielleicht sind beide in den Raids. Golbit noch am Start. Feldforschungen auch. Ihr habt eben die Kostümierten hier in den Feldforschungen drin. Und ihr habt auch Drift Zeppli. Wenn ihr jetzt keine Raids machen wollt, müsst ihr das nicht. Ihr könnt Drift Zeppli mit dem Kostüm auch aus den Feldforschungen ziehen. Details zum Event Teil 2. Ihr wisst, am 22. Gibt es neue Pokémon. Wie schon zu erwarten erscheinen Paragoni im zweiten Teil des Halloween-Events erstmals im Pokémon Go. Sieht so aus. Gleichzeitig auch Irbis, das Halloween-Pokémon schlechthin, erscheint erstmals im Pokémon Go und bringt erstmals auch eine neue Spielmechanik mit. Nämlich neue Größenmechanik. Die zwei wird es sicherlich nicht den Shiny geben. Weil die eben das erste Mal da sind. Nehmen die trotzdem mit. Sammelt Bonbons. Entwickelt die neue Pokédex-Einträge. Für mich heißt es dann wieder männlich entwickeln, weiblich entwickeln. Ein Lucky entwickeln. Wer da also ein paar davon sammelt und mit mir dann mal tauschen möchte, dass die Lucky werden, kann man das gerne machen. Da wird es sich also eine Tausch-Session lohnen. Im Gegensatz zu heute Abend, weil ich eh nichts habe zu wegtauschen. Da ich immer nur 100er und Scheidnichts aufhebe. Diese neue Spielmechanik, diese neue Größenmechanik. Weiß ich nicht, was das jetzt unbedingt, ob das unbedingt so sein muss. Denn Irbis kann verschiedene Größen haben. Da es einem Halloween-Kürbis nachempfunden ist und Kürbisse unterschiedlich groß wachsen, kann Irbis in Pokémon Go unterschiedlich groß sein. Bei Radfratz und Kabardor ist es zwar bereits bekannt, dass es verschiedene Größen gibt, die für die jeweilige Medaille zählen, doch optisch und im Kampf ändert sich an dem Pokémon nichts. Bei Irbis ändert sich jedoch die Größe auch im Spiel, sodass kleinere Irbis kleiner wirken als größere. Insgesamt gibt es vier Größen von Irbis, SML und XL. Passend hierzu wird es eine Collection-Challenge geben, bei der ihr die unterschiedlichen Größen von Irbis fangen müsst. Da sind wir ja mal gespannt, aber die anderen, die alten Sachen werden ja trotzdem gleich bleiben. Ich denke jetzt nicht, dass Kabardor und Radfratz plötzlich auch unterschiedlich groß sind. Wird also extra für dieses Pokémon halt so ein... Ja, so ein... Eingeführt... Jetzt komme ich nicht auf das Wort. Ihr wisst ja, was ich meine, genau. Das sind die Pokémon aus der Collection-Challenge. Möchte ich mir eigentlich gar nicht jetzt angucken. Alpollo, selten. Okay, jetzt weiß ich schon Bescheid. Also alle Irbis-Formen. Was habt ihr in Stufe 2? Was habt ihr im zweiten Teil für Raids? Gala Makabaya. Damit hat sich das auch geklärt, dass im ersten Teil wohl das normale Makabaya erscheint. Und im zweiten Teil dann eben Gala Makabaya. Auch wieder Kramurks, Paragoni, Makabaya. Ja, also doch beide jetzt im zweiten und im ersten nur das eine. Und Irbis-M. Aha. Jetzt wird also extra die eine Größe im Raid-Angebot. Hätte ja sein können, die packen Irbis rein und es ist random, was ihr dann für eine Größe kriegt. Ansonsten Stufe 3. Alola, Knogger, Barnett, Trifzeppli, Laternecto. Alola, Knogger hat es seinen Raid-Day. Trifzeppli immer noch drin. Interessant, immer noch vielleicht für die Shiny-Jäger. Ansonsten vielleicht Laternecto. Laternecto und Trifzeppli anbieten, wenn nicht mehr so viele Trifzeppli brauchen. Manche aber Laternecto raiden wollen. Für gute IV. Und für Bonbons. Dann gibt es aber auch Dark-Rai und eben auch Absol. Dark-Rai wird es wieder am Wochenende geben. Raids für Zuschauer, denke ich mal, Absol. An einem Donnerstag vielleicht, an einem Dienstag. Dann Drifzeppli, Laternecto, wenn das so passt. Ich muss nochmal genau auf die Daten gucken, aber das wären Sachen, die wir euch anbieten könnten. Absol, Dark-Rai, Laternecto, Drifzeppli stehen da ganz oben mit dabei. Ansonsten habt ihr eigentlich hier fast die gleichen Sachen aus den Eiern, außer hier das neue Pokémon ist noch mit drin. Feldforschung, habt ihr auch natürlich immer noch Pikachu, immer noch Plinfa. Ihr habt also den ganzen Event-Zeitraum, die Möglichkeit, diese Kostümierten zu bekommen. Weberrak auch die ganze Zeit da. Also ich denke mal, da hat man eine gute Ausbeute und eine gute Möglichkeit, an die Shinies zu kommen. Die Fünfer wechseln sich ab, die Megas werden dann gewechselt, die Dreier wechseln sich ab. Trotzdem, ich freue mich auf jeden Fall auf das Halloween-Event. Ich bin gespannt, wie es mit Hoopa weitergeht. Und was es mit dieser Spezialforschung mit Makabaya trotzdem nochmal auf sich hat. Was sind eure Ziele? Was freut ihr euch besonders im Halloween-Event? Was werdet ihr raiden? Wo braucht ihr Bonbons? Welche Shinies braucht ihr noch? Was sagt ihr zu Weberrak? Was sagt ihr zu der Farbe? Findet ihr das genial? Und ich habe die Folge bestimmt schon 10 oder 20 Mal aufgenommen und musste immer wieder abbrechen. Und auch jetzt. Ich muss es leider so im Kasten lassen. Das ist echt schlimm. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Wir sehen uns heute Abend im Trade-Stream, denke ich mal. Und für morgen habe ich auch noch was anderes vorbereitet. Ich möchte morgen trotzdem die Safari-Zone eigentlich streamen in Liverpool. Da ein bisschen mit Rauch rumhantieren vor Ort. Und mit euch eine gute Zeit haben im Chat. Ansonsten, peace out, Vorhaut, euer keuchender, hustender, kratziger Ramses. Habst du es? Habst du es? Ah.